Ja, wo ist das Problem, wenn sich Leute zusammentun, 500, 600 Euro, 1000 Euro im Grunde und sie haben eine Eigenarbeit nicht rein, dann machst du, was du willst. Dann hast du kein Problem mehr, dann musst du dich jedes Mal beten und jedes Mal fragen, als ob du Allah allen da was machen möchtest, als ob du da Nuklearwaffen irgendwie entwickeln möchtest. So, das ist Handeln. Egal, wie eigentlich der Werb sind, wenn es um Mode geht, um irgendeine Jeanshose, eine Dieselhose oder eine Replayhose oder Neigschuhe, die sie sich nicht leisten könnten, gehen, machen sie. Geht klauen, zieht ab oder wie auch immer. Und für Islam ist man nicht bereit, etwas zu opfern? Ich hasse dieses Verständnis, dieses Deprede zu sein. Und alle, so nicht zu, mach was, mach was und übernimm dieses Denken von früher, von der Jahelie und setz das ein und korrigiere das und setz das ein in Islam. Ich weiß, als ob von dem Erbubaker in Erbubaker, als ob Erbubaker, wo erbubere Tat um ist, ob Erbubaker, warum erbubere Tatum und dem Allerbaker der Erbubaker ist, und die Mannschaft, die Menschen in dem Islam sind. Und erbubere Tatum, wenn Umarbaker in Erbubaker, dass erbubere Tatum, was erbubere, In der Jahiliyyah hatte man Angst, war eine Respektperson. Auch nach dem Islam. Aber vor allem in der Jahiliyyah hatte man Angst gehabt. Und dann sagte er, war eine Respektperson, eine anstrengende Person. Ein Schisshase in Islam. Und das ist das Problem, das wir haben. Aber es gibt sehr sehr viele Leute, die wir auch kennen, die ich beispielsweise auch kennen. In der Jahiliyyah, Allah Aqbar, der hat 10 Leute Platz genommen. Und wenn man gesagt hat, ey, ich hole dir den, dann haben die Leute schon, wir sind für Leute weggegangen. Dann wird er zusammen weich ein. Was ist das? Natürlich müssen wir weich und lieb und barmherzig zueinander sein. Aber wenn es um Hab geht, dann müssen wir richtig hart und richtig handeln. Und richtig tun. Und nicht immer dieses Schleim tun, liebe Geschwister. Deswegen ein sehr sehr wichtiger Punkt, der uns betrifft. Vor allem wir. Die Leute, die in Europa leben. Wir haben mittlerweile mitbekommen, in der letzten Zeit, der offene Krieg, der gegen den Islam geführt wird. Und der ist zu einem Punkt angelangt, dass es in manchen europäischen Ländern, dass Nikat-Verbote vollzogen werden sollen. Wie zum Beispiel Belgien, Frankreich und Italien. Und Schweiz und Schweden und Schweden. Und davor Minerettverbot in der Schweiz. Und und und. Und liebe Geschwister, wir Muslime dürfen keine Schlaftabletten sein. Wir müssen clever und wach sein. Und auch in der Stufe der Verantwortung sein. Wir müssen wissen, was da gemacht wird. Dass diese Sachen, die von diesen Leuten gemacht werden, dass das kein Zufall ist. Das ist keine so Hauruka-Aktion. Sondern das sind alles geplante Sachen, die Schritt für Schritt durchgeführt werden. Wir sehen, sie haben angefangen, dass sie alle Muslime als Terroristen bezeichnen. Dass sie den Islam als Religion des Terrors bezeichnen. Und und und. Dann kommen sie und sagen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und Was ist ein Fan? Kunst. Und was machen sie daraus? Kunstfreiheit? Beleidigen unsere Propheten Muhammad s.a.w. Was machen sie denn? Als nächstes wird Druck ausgehübt gegenüber den Muslimen. Dass sie sagen, Moscheen, das haben wir auch hier in Köln. Moscheen, das ist gegen Integration und und und. Dürfen nicht gebaut werden. Es gab sogar welche, die gegen diese Satellitenschüssel sind. Ich habe einen Artikel in der Zeitung gelesen. Es gibt manche, die haben gesagt, es soll verboten werden. Die Satellitenschüssel soll verboten werden. Weil die Satellitenschüssel auch Terrorverbreiter. Und das ist alles, das ist alles geplant. Und dann kommen sie zum Punkt und das ist der am effektivsten, dieser Punkt ist am effektivsten. Warum? Sie kommen immer mit der Sache der Frau. Sie kommen immer mit der Sache der Frau. Sie kommen mit der Begründung, wir wollen die Frau befreien. Die Frau im Islam ist unterdrückt. Und ihr seht, z.B. bei diesem Ad Allah vom Pro NRW, dass sie z.B. Plakate aufgehangen haben, wo bildlich Ali vorne geht mit Teske in der Hand und Fatma hinten mit zwei Ali-Tübeln. Ja. Dann warum machen sie das? Ja, das ist dieses Bild, guckt euch mal die arme Frau. Guckt euch mal die arme Frau bei den Arabern oder bei den Türken oder bei den Muslimen allgemein. Weil es geht hier nicht um Türken oder um Arme, sondern es geht um Muslime. Guckt euch mal die arme Frau wie sie, ja hinten, als ob sie hinter ihn herlaufen müsste. Und das ist alles so ein psychisches Krieg, was geführt wird. Und jetzt kommen sie und sagen an den Grabverboten. Warum? Die arme Frau wieder. Sie erstickt ja unter diesem Teil. Die Frau tut ihnen leid. Sie erstickt, ist zu warm. Und 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 und. Da kommen ein paar Munafiqen und sagen, das gibt es gar nicht in der Religion. Noch schlimmer, die Munafiqen sagen, ein Niqab ist Haram. Was von was, was verstehen wir dahinter, liebe Geschwister? Was steckt dahinter? Ihr müsst wissen, liebe Geschwister, dass dieser Krieg, und ich betone Krieg, der gegen den Islam und die Muslimen geführt wird, dass das ein Krieg ist. Und das ist gewollt. Denn die Leute, die wissen von der Sterne des Islams. Und ich sage die Sterne des Islams als Religion selber. Deswegen hörst du von ihnen, was sagen sie? Anti-Islamisierung. Die Sharia wird in Deutschland eingeführt. Die Sharia gibt es nicht mal in unseren Ländern, da wollen wir in Deutschland Sharia helfen. Ist ein Witz. Aber um die Leute abzuschrecken, um die armen, normalen Bürger draus abzuschrecken, passt bloß auf. Letztens war meine Frau unterwegs. Dann war so ein Paar, ein deutsches Paar. Da sagt der ältere Mann zu seiner Frau, sagt er, guck mal, guck mal, da ist ja einer. Sagt meine Frau, ja, hallo. Da gucken die erstmal drauf, dass sie Deutsch spricht. Und da gucken die noch, wer wunderbar, dass sie Deutsch ist. Und dann sagt er, ja, ich habe ja nicht gewusst, dass es bei uns in Deutschland auch eine Karträgerin gibt.